Musik Herzlich Willkommen zum Welpen-Podcast von NoWow. Ich bin Karin Imler, Trainerin für Menschen mit Hund. Und im Podcast gibt es für Sie Tipps und Tricks zum Großwerden für Ihr Hundekind. Eine saubere Sache. Fünf Hinweise zur Stubenreinheit. Grundsätzlich hängt die Stubenreinheit Ihres Hundes von zwei Faktoren ab. Erstens Mutter Natur. Denn die Fähigkeit Darm und Blase zu kontrollieren, die muss erst wachsen. Das dauert ungefähr bis zu einem Alter von circa sechs Monaten. Wenn wir jetzt müssen, haben wir in der Regel noch allerhand Spielraum. Bei einem Welpen ist das anders, der kann es auch noch nicht kontrollieren. Wenn das Hundekind jetzt muss, dann muss es jetzt. Der zweite Faktor ist Ihre Beobachtungsgabe. Je schneller Sie lernen, die Anzeichen zu sehen, je besser Sie Ihren Hund im Auge haben, umso schneller wird der kleine Stubenrein werden. Erstens. Halten Sie sich an die Regel. Nach dem Aufwachen, nach dem Fressen, nach dem Spielen und circa alle zwei Stunden. Nachts natürlich nicht. Bitte den schlafenden Welpen nicht wecken. Zweitens. Suchen Sie sich draußen einen gut erreichbaren Platz als Geschäftsstelle für den Kleinen. Es sollte dort ruhig sein, keine unmittelbaren Aufreger, Ablenkungen in der Umgebung. Diese Geschäftsstelle steuern Sie immer dann an, wenn Sie mit dem Hundekind zum Lösen nach draußen gehen. Drittens. Beobachten Sie genau, was der Kleine tut, bevor er sich löst. Geht er so seltsam, stellt sich, ändert sich die Rückenhaltung, macht er vielleicht angedeutete Kreisbewegungen. Dieselben ankündigenden Verhaltensweisen zeigt Ihr Welpen nämlich auch drinnen, wenn er muss. Und je besser Sie aufpassen und seine Signale erkennen, umso schneller können Sie darauf reagieren. Kommt Ihr Welpen mit seiner Verrichtung zu Ende, loben Sie ihn. Bitte nicht während, denn dann kann es passieren, dass der Kleine vor lauter Begeisterung über Ihr Lob sein Tun unterbricht. Und das wollen wir ja nicht. Fünftens. Löst sich Ihr Hund draußen nicht, weil es vielleicht rundherum viel zu aufregend ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie bleiben so lange draußen, bis er sich doch erleichtert, oder Sie gehen wieder hinein und passen drinnen aber auf wie ein Haftlmacher, damit Sie den Zwerg raschest wieder nach draußen eskortieren können. Ein Hundekind dafür zu strafen, dass es noch nicht stubenrein ist, ist dumm, grausam und ganz und gar nicht zielführend. Und es gar mit der Nase in die eigenen Exkremente zu drücken, das wäre so, als würden Sie einem Baby die volle Windel um die Ohren hauen, damit es lernt, aufs Töpfchen zu gehen. Positiv bestärken, kluges Management und der Natur Zeit geben. Dann wird auch Ihr Hundekind rasch sauber werden. Das war's für heute vom Welpen-Podcast von NOVAU. Wenn Sie mehr wissen möchten, dann schauen Sie doch einfach unter www.novau.com oder www.online-hundeschule.net Bis bald, auf Wiederhören, Ihre Karin Immler Bis bald, auf Wiederhören, Ihre Karin Immler